Wenn ich das nicht wüsste, dann... Die Aufnahme läuft schon. Oh, läuft. Gerade angebracht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Szentro 3. Szentro 12. Daddy Native. Hallo. Wann machst du schon wieder da drüben? Ich geh immer hier rüber, bevor ich dich einlade. Nein, nicht mich kaputt ballern. So, ich würde sagen, mach mal ne Aufnahme, falls ihr wollt. Äh, ne Aufgabe. Ne Aufnahme machen wir. Ja. Mal gucken, vielleicht, weiß ich noch nicht. So, ähm, warte. Nein, ich hab keine Munition für den Sniper, ich muss erst mal los. Nein, huuuuuh. Oh, Gott, den kriegen wir, den kriegen wir. So, falsch. Die Zeit läuft uns, da kommst du mit, äh, in der Armonition. Äh. Da hinten ist ein... Ja, jawohl. Äh, in Friendly Fire, Armonition. Bin immer bei GTA. Soll ich jetzt parkieren, oder was du gesagt hast, ne? Was? Ich hab gar nicht gemerkt, dass du was Falsches gesagt hast. Ha, gar nicht gemäht. Das hörte sich für mich richtig richtig. Ich hab es einmal markiert. Brauchst du nicht markiert, außer ich hab's sowieso nicht. Ich kenne den Weg auswendig. Bist auch nicht. Na gut, daneben nicht. Hast du die Musik ausgemacht? Ne, läuft gerade, deswegen rede ich darüber. Äh, mach mal lieber aus. Konkret aus, sagst du? Ja. Das ist wesentlich safer. Weißt du, was du machen kannst? Scheiße, das hätten wir vorher machen sollen. Bassen. Zur nächsten Aufnahme machst du dir, lädst du die Lieder runter von Epidemic Sounds. Und dann, äh, machst du, äh, spielst du dir ab über Media Player, Windows Media Player. Das ist eine gute Idee, aber ich würde lieber VLC nehmen. Ähm. Oder VLC ist mir auch egal. Weil der Media Player, der streamt dann die Musik im TS. Und ich kann dann schreien gehen, ne? Der streamt die Musik nicht im TS. Doch, mein Media Player ist schon. Na, wegen der Musik hier, die ist, äh, gefrackt worden, das Zimmer. Geflackt, gefrackt, ach, keine Ahnung. Waffen kaufen und verbessern. Wieso denn im, hä? Was willst du, Media Player? Nein. Also immer, wie, was nochmal, hä? Was, was, was ist jetzt deine Frage, Tosny? Du kannst doch Musik, ähm, davon, davon abspielen, oder? Also, ja, klar. Allerdings, der Media Player streamt das dann im TS. Hab ich so eingestellt. Schon richtig so. Ja, aber, dann stellst du das eben wieder aus. Ne, will ich ja nicht, deswegen nehm ich VLC. Ja, dann nimmst du VLC, Mann, ist mir egal. Oh, das ist schon, äh, hier, ne, Baum, Gelb, Grün, Orangen. Ich glaube, ich werde noch Waffen verbessern. Äh, man kann ja auch ein auf den hier machen. Ein auf den machen? Oh, ich hab nicht genug Geld. Aber Tosny, Tosny, Tosny. Warum kann ich das nicht verbessern? Warum habe ich die falsche Waffe bei? Aber die kann ich verbessern. Yeah, Stufe 2. Ich hab zu schnell geklickt, der hat mich reagiert. Ich wollt doch aber, hier. Ach, ich hab die... Hä? Was? Was hast du denn? Ah, ich muss die erst kaufen. Oh Gott, Danny, du bist ein Held. Ein Heldinator. Danny, du bist der richtige Held. Chalt. 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 Das. Ich halte dich auch, Mann. Aus thane. Ja, nimmst du dir da. Nee, w 느낌. Was sind denn? Warte, ich bring mal rein. Ja, warte, warte. Ich mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Ne, Mann. und wir haben schon wieder vergessen die geschäfte außerhalb von aufnahmen nach 20.000 stunden aufnahmen starten der gut war richtig herr vorbereitet online ich weiß was wir machen müssen aber nein ich weiß es nicht vielleicht weiß es gleich wenn ich die mission sie müssen wir schauen und ich will ich will auch es sieht so toll aus Köln Köln nachrichtig die Saison ist das sei die Gäste des Preises aufweisen denn da ist das Spiel der Ereignisse in die Sakt der 20 Millionen er hat 20 Millionen aus ja ich war da drin mir ist was ausgerutscht das sieht doch voll nett aus trotzdem steigt ein spiel ein was bist du schon mal drinnen ja klar wir müssen den V-Tool entführen nice oh Gott was ist das für eine Waffe oh Gott jetzt wird er hier richtig bad ass kriegen wir beide ein V-Tool ich hoffe ein Führer ein V-Tool, wir müssen einen von beiden entführen wir nehmen beide oh Alter was sind das für gehen wir gerade richtig hart auf den Sack ne ja, mir nicht eigentlich doch das sind so viele Alter geht richtig hart auf den so los geht's hier na je nachdem du bist nur Alter du bist schon da vorne ist jetzt drinnen ich räume mir alles weg ey nice erst mal investierte Steuerung bedenken geschafft wieso darf ich keinen entführen ich mach doch einfach ich werde jetzt auch entführen ist mir egal ist mir egal ist mir egal, ich gehe jetzt hier rein ist mir egal ist mir egal ist mir egal mir egal so ich würde sagen jeder macht ein bisschen was ne ist mir egal ist mir egal ach Musik ist auch Leute invertiert also wenn ich mal anmerken darf wir haben alles getötet ja echt ja bei mir ist nur noch ein paar Leute mach ich auch noch schnell platt warm Junge was machst du denn was machst du denn wer schießt denn auf mich siehst du das ach hier unten steht noch ein Hansel wo bist du hin ach so wir müssen doch die dinge kaputt machen oh gott ja ich krieg schon mal zu so einem anderen ding ja der foto hält glaube ich ein bisschen mehr aus ich werde aber nicht das ist es ja ach wir müssen eins davon kaputt machen weiß ich nicht war aber alles oder ich habe jetzt schon mal gemacht und jetzt ist vorbei ja aber ich habe ich habe auch wenn es kaputt gemacht ja aber es waren vier hm ach so vielleicht musste man auch das Richtige finden ja vielleicht das kann sein oh ne da vorne guck mal das müssen wir auch noch kaputt machen ja das ist neu dass du hinzugekommen ach so ja sorry dass ich manchmal etwas out of ah Brücken zerstören sagst du nein die Menschen hier kaputt machen naja rechter oh ich habe dich gefunden sorry ja danke ja bitte gar kein Problem dem Laser ist es wirklich schneller als mit dem Scheiß echt naja weil du musst ja immer so lange nachladen wo müssen wir hin wo müssen wir hin hey hinter dir hinter dir was ist hier hinter mir das muss gar nicht lol da war was lol da war was das war hier ist noch was tu wo wo ist so ein Tasse war invertiert invertiert ach Gott du hast das denn ständig invertiert na ich kann man nicht dafür die vor zu die die d die 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 das sind ja nicht so ein Ding die nach klar auf jeden Fall die kalt die die Folge muss fliegen Alarm Dorsen die heißen in Alar Alarja nehmen nicht 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 mit Alar sondern weiß schon was ich meine weißt schon was ich nicht meine ja nice so ich würd sagen einfach mal losballern ich mach alles einfach alles was denn hier noch so alles tot hier alles tot und los los Storff und sind los es ist nicht imitiert so müssen ich drehe mich nicht ich will die Wachau das ist da nicht wollen manchmal aber nur am Donnerstag das ist so was ich mache ja du läserst hier rum durch die Häuser durch ja geil ohne 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 neunfall bin ich bin gegen Haus geflogen ach scheiße nee schon wieder raus ich wusste ganz dass es geht aus dem hier was ich mache das muss ich auch nicht wie machst du das wie ist so ich hab schießen gedrückt und ähm dann bewege ich mich einfach nur hin und her Panzer stirb stirb Panzinator stirb alle alle tot alle tot da ba da ba ba ist da noch was keine Ahnung ich sehe keinen mehr Sam oh hier da Pau tool das ist in meiner Reichweite nein da schon nice ein bisschen besser nice komm da wollen wir jetzt können wir hier runter? Nein. Nein, doch nicht. Und, go! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Was denn? Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen da hinfliegen, Mann! Wie ist denn? Puppen dich auf der Karte! Daddy! Mensch! Doch doch! Du, fliegst falsch! Nein, nein, nein! Ich wollte hinter dir fliegen! Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Ich flieg seitlich! Uuuuh! Oh, jawoll! Das Mega-Ziel kommt! Alter, was für ein Flugzeug! Ähm, warum? Anfangen als ich es kaputt machen, oder? Äh, na, erstmal müssen wir die Jäger ausschalten! Somebody shoot that bastard! Der ist tot! Und der andere? Der ist... Nee, wir sind direkt nicht auf den Kopf gemacht! Da sind noch mehr! Wo ist denn der Letzte? Achso! Ja, der Letzte ist das Große! Ich glaube, wir müssen um! Nice! Er stürzt ab! Aber er gefällt gar nicht! Aber er gefällt gar nicht! Das ist Mensch! Nein, da bin ich woher hin! Woher hin? Ja! Ja! Ja, war er auch noch in der Luft! Ich hab's doch genau gesehen! Mano! Oh! Hallo, Joshua Burke! Oh! Oh, das war der von Anfang! Ja, Nightblade! Das ist schlecht, ey! Das ist schlecht, ey! Ich hab' einen V-Tool! Jetzt darf ich den Lilian offiziell benutzen! Ja, ich hab' einen V-Tool! Nice! Ich hab' auch einen endlich! Ja! Okay, ein Liedern, haha! Du bist ein Kacknuss! Du bist ein Kacknuss! Du bist ein Kacknuss! Du bist ein Kacknuss! Du ist ein Kacknuss! Megal! Ist mir egal! Ja! Nice! Hallo Danny! Nein, ich will zuerst, ich will zuerst, ich will zuerst, nein! 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 Abbruch! Abbruch! So, V-Tool! 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 Yeah! zurückholen ich würde sagen du schießt mich nicht kaputt und wir sind freunde die ist mich nicht kaputt ich mache ein sturzflug wo bist du denn hin ja ich warte dass du was auswählst ach so ja warte